Ich nehm einfach auf, wenn das nicht, damit euch jemand umhört. Ich bin im Treibgutal, ich hab keine Ahnung wie ich auch immer daher gefunden. Wir erforschen mal die Pest. Ich erforsche was auch immer ich da gerade mach. So wie denn Neo? Was bist du? Du schaust böse aus. Neo, das schaut da wirklich aus. Ey, das ist er auch definitiv. Der was? Das? Konzi? Was? Was ist das? Ich hab keine Ahnung, ob das das nächste Gebiet ist, bevor ich gerade bin. Jo, der Tür mir hat sich erweitert. Ja. Wie kann ich das überhaupt Schaden zufügen? Die Musik ist geil. Alter Schwester. Ich glaube ich weiß was ich machen muss. Ich weiß nicht ob ich da richtig bin oder falsch. Ich weiß nicht ob ich da richtig bin oder falsch. Ich bin einfach irgendwo. Irgendwo, irgendwo. Ja das stimmt sogar. Irgendwann irgendwo. Au, der tut ja ordentlich weder Scheiße. Oh, was hast denn du oder? Das ist gemein, der hat eine, der hat eine Pufen oder? Oh ja, der Pufen. So, das Werf ist zufrieden mit mir. Kann ich die Pufen haben, die was er hat? Bitte. Der Spinn. Der Spinn. Wie ist der Pferd? Er ist nicht wahr. Der Spinn. Der Spinn. Der Spinn. Der Spinn. Der Spinn. Der Spinn. Das ist ja eine Pferde aus脫 dodgasp. Wer ist besser da nicht eine Pferd gewöhnen? Ist es für ich dassís eigentlich auch nicht kein Ziel? Kann ich es besser rein? humanity shocking bitch też Ich habe zwölf Meisterschaften, ich bin doch ein Lehrling. Ja, zwölf Meisterschaften. Ja, ich bin ein Lehrling. Bist du da, das ist ja umfällig, das geht wieder schön. Oh. 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 Oh, oh. Oh, okay, go. Oh, das ist nix. Oh, das ist nix. Oh. Wow. Jetzt bin ich ja gleich hier glaube ich, oder? Schon mal im Wahnsinn. Ja. Au. Und tot. Hier. Das muss ich echt. Was? Super Mil-Shake. Wenn man so einfach langsam anfängt, schlecht zu werden, hab ich die erstmal. Ich hab die erstmal. Wie sagt man das? Keine Ahnung. Bitteschön. Dankeschön. Warte. 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 Der ist eine süße Katze. Nein. Wunderschön und süß. Ja. Komm her. Hör mich auf. Du bist super süß und wunderschön. Ja. Du bist nur ein bisschen frech. Das hat gefühlt aus. Ja. Du warst immer schön süß. Du hast doch nichts von dir eingelegt. 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 Du hast doch nichts von dir eingeht. Du hast doch nichts von dir eingeht. Du hast doch nichts von dir eingeht. Ja. Das ist alles von dir. Ja. Es ist wirklich cool. Hallo. Danke. Danke. Das ist das Wetter, dass ich bei 7 Grad arbeite und diese Aufrollmacht Da kommt Staub ohne Entwärmung Da kommt Staub ohne Entwärmung Was hast du in Erdbeeren geschickt? Ja, aber ich bin schon mal von der Eierstücke Die Sachen haben wir noch nicht mal kopiert Das hat er jetzt nicht gesagt Da hast du keinen Zug hatte, dann tut uns alle glaube ich mal gut Ich bin noch ein Bär oder weh? Ja, das ist gut Ich finde es gut Genau, gehe wieder weg von der anderen Weißt du immer nicht, ob du gut bist Wenn der Boss fast tot ist, dann sterbe ich Nein Die Folter kann auch wieder vor Ja, gut Ja, gut Das ist auch wirklich krass Krass, mir wird wirklich irgendwann auf dem Gerät Das ist Independence Fech, 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 Fech Boah Das ist ein Schmutter Weißt du, wenn maninhos sagt Leider ist auf dem Grill dann schmutter Der Bekloppte, ne? Ich muss den Dragon stoppen wir mal in das Elfengebiet, ey. Mal schauen wie die Rüstung von denen so aussieht. Ja, er redet mal mit uns. Ich war gerade eben, habt ihr da auch nichts geredet. Kannst du jetzt nicht geredet? Nee. Ich war gerade von meinen Lichte rein, aber auf den Reddit hat keiner von euch beiden mit mir geredet. Ich war auch noch mit euch geredet. Wenn ich jetzt fragt, sag mal was, ich hab gesagt, ich weiß nicht, was du denn jetzt fragt. Da sind wir ein Bokos, ich kann nicht jeder Zelle aufhören, eher nicht. Seitdem ist nichts gekommen. Ey. Der Alex sagt, dass er sowieso schon wieder half kam. Nein, ich konzentriere mich gerade noch. Nicht da. Au, ich bin dieser starken Kriege. Ja, und was wollt ihr machen? Ich weiß nicht. Mein Lieblingsspiel. Ja. Mal schauen, was schreien heute zu Tag. Was der Schrei ist. Okay, ich bin ja. Aber wenn nichts, was drei Lieder gibt. Kannst du nicht sagen, was da momentan ein Schreibelekult jetzt ist? Ja. Ich will ja was machen, heute müsste ich schon sagen, was. Hm. Müsst du eh entscheiden dann. Hm. Hm. Ist das scheißegal. Das Spiel kenne ich auch. Wo hast du? Gelättriger. Habe ich eigentlich schon gemacht, aber das Spiel ist noch knapp. Fick dich schon. Vielleicht später. Ich habe schon immer gewusst, dass du mich Spiele fickst. Jawoll. Nee, du hast gerade gesagt. Fick dich. Da hab ich gesagt, vielleicht später. Boah. Naja, siehle. Das hab ich immer gebraucht. Das ist also viel Leid drin, da wie du mit deinen Stern. Die Stern. Ich schreib schon so ein sechsten Mal, wenn es dich interessiert. Spielst du denn, dass du so oft stirbst schon wieder. Ich bin mein Grabensoll Slug. Ich bin die Arielle in Grabe. Arielle in Grabe. Ja, sind sie Sebastian. Ich bin die Arielle in Grabe. Ich bin die Arielle in Grabe. Ja, das ist so ein Grabensoll. Das ist so ein Grabensoll. Aber es ist so ein Grabensoll. Ja, aber es ist so ein Grabensoll. Ich kann mir da hingehen, ich hab schon gut das abgebaut. Ja, das fehlt noch, dass der Mr. Grabs herkommt. Geil, 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 dann wäre es perfekt. Da werden nur Toten gekriegt. Kannst du irgendwas machen? Außer bei Wasser geht dann doch nichts. Da hab ich noch die fliebe. Brauchen wir die Übertriebe ein, ich bin da dran und bringt jetzt die Lobe. Ich habe keine Ahnung, gegen was ich eigentlich da gerade kämpfe. Ich weiß nur, dass es komisch ist. Irgendwas ist. Ich habe gedacht, wie der Zwerg ist. Was mich wirklich anpisst ist, dass man sich nicht mehr direkt aus den... aus den Lagen heraus die Sachen anziehen kann. Das pisst mich so ein bisschen an am Drain stoppen, als wir uns. Ja. Der Tod, der wird entstirmen. Ah, der Krieg. Die Reinhardt. Da. Oops. Fine. Die Reinhardt. Die Reinhardt. Die Reinhardt. Also in meiner Basis würde ich mich auch... Die Reinhardt. Ah. Das sagt der Schwein und rupst selber. Was? Das sagt der Schwein und rupst selber. Ja. Oh. Schöing. Das ist immer so ein Wettbewerb. du hast mich in der luft umbracht ich wollte nicht nur er schlagt 10 leden für euch? gut das kostet teuer geld 11 gold für 10 leden jetzt hat er gold geradet geld gesacht 11 geld habe ich genauer gehört und ich rede ja auch von der mama vom spiel du bist oder böse mache ich mich ich werde diese scheiß Momente nicht vergessen Das war immer geil. Ja ja, es ist ein Säugetier. Oh, das hilft mir viel. Das war immer geil, ne? Das haben Sandmenschenkerne gebaut. Eine Pyramide. Die stehen bis heute noch. Pyramiden. Wieder vor dem Schlafstand. Das hat man überhaupt nicht gemerkt. Das, was ich eigentlich nicht zeichnen wollte, aber ich zeichne es. Ja, da hast du ja auf alle meine Fragen, die was ich da gestellt hab, immer so gemacht, dass ich Pyramiden drauf sagen hab können. Ja. Das war eh das Problem. Ist der Thomas an den Umweg gekommen und er kriegt sofort das Land? Das war laut Nalgam und es ist halt so weitergegangen. Ja. Er kriegt die Zeit ausgegangen. Weil das war ja Scrable.io, glaub ich. Ja. Du siehst, wie viel Blödsinn wir schon aufgemacht haben. Ja. Sechs. Der Turm darf ich auch rausfahren. Ach, die. Die Hubertiere sind 3 Goldküssen und 3 Verhältnisse. Äh... Was? Was braucht man? Ich brauch dieses verkackte Ding! Den Kriegsgang. Und mehr hätten wir. Außerdem noch 4 Mächtige. Das ist der komischste Posten, was ich bisher gekämpft habe. Wirklich. Wirklich. Kriegsgang. Herstellen. Jawoll. Mehrheit. Was für ein schwuler Drache. Du musst aber ins Gesicht schauen. Kann ich nicht. Der hat sich verpisst. Weißt du? Wenn er noch eine HP leistet hat, dann haut der Wichser einfach ab. Dreck sau. Echt ey. Nur weil ich den hier komplett fertig mache, haut der ab. Unfassbar. Ey Sto! Ja! Da tue ich endlich mal die Drachen komplett fertig machen und dann raus ab. Echt ey. Echt ey. Nichts wird dann hier gegönnt. Ne wirklich. Ich weiß noch nicht mal wo das scheiß elfen Zeug eigentlich ist. Oh krass ey. Wo ist denn das im Norden? In der elfen Stadt. Ah, witzig. Ja. Äh. Junge. Was? Warum kann ich die scheiße denn nicht nehmen? Heilwurz. Ich weiß das. Also ich hab nicht. Ja. Bestimmt weiß der Christus. Ich hab was auch immer das ist versiegt. Ist das da oben wenn man bei. Bei Melv da. Taktik Tintakel. Da noch weiter nach oben oder wo ist das? Das Elfengebiet. Das ist links oben in der Ecke. Ja die Frage ist wo links oben in der Ecke. Äh. Die Karten. Ich hab die Karten mal schon. Da gehts über eine Brücke geht das. Das ist äh. Und beim Fischerdorf unten. Ganz auf. Ein Haf meinst du. Ja. Also ganz auf und immer links holzt. Irgendwo neben. Irgendwo zum großen Fluss. Und da ist eine Brücke. Und da kannst du rüber. Also dieser große Fluss der hier neben Melv da hoch geht. Ich zeig einmal die Karten her. Ich weiß jetzt schon ob's. Ich kenn die Garten aus. Ich kenn die Garten aus. Es ist schwer zu erklären. Au. Das ist ein Fischerdorf, aber ich kann einen Namen haben. Ich geh wieder in die Meme. Man muss nicht hier irgendwie... Hä. Du hast ja hier so strange Korridor und so. Also ich weiß auf jeden Fall hier war dieser Kampf mit dem scheiß Untoten da. das war richtig asozial ja da gibt der greifen ist der finster portal stein wo hier ja da gibt irgendwo ein greifen ist aber wahrscheinlich gar nicht einen einzigen portal stein bisher das liegt demnächst in der portal stein wirst du schon beim elfenland da oben was für ein rechten land und da habe ich gesagt unter links 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 auf rauf auf links auf links auf da oder genau da muss die zerschaut also weil auch verkehrt aber 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 doch genau da irgendwo also hier wo dieser weg ja das ist das ist ja das ist ja ich meine wegpunkte noch nicht wie heißt die stadt jetzt auch nicht was mit aber hätte man ja drauf kommen ich brauche viel orange aus die ressourcen das war doch der lilla lille mann der lilla lille mann ich hab's umgekehrt, fick dich ein lilla lilla mann ein lilla lilla mann den ton ein bisschen verbessert ist nix dran, nix gut weißt du was ich vermisse aber in dreamstock mode 2 als erzmaier konnte man den ersten teil ja mit rechtsklick so ne handgeste machen die so ne schockwelle macht dabei konnte man kleine also da konnte man banditen und goblins von sich wegschleudern so ein bisschen das vermisse ich das wäre echt praktisch in einigen situationen wenn so ein bandit einfach auf dich zurennt einfach bam mit ner schockwelle einmal umwerfen würde das ist die scheißviecher, wirklich ich habe vergessen die klasse zu ändern von meinem wahrsein na egal ist die schule ich würde eh noch so viel mit der taktung die paar leber jetzt geht die da jetzt alles und ändern du au ich hab'n zyklo 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 Oh nein, nicht so sichtbar. Ich wiederhorsche. Au. Bam. Äh, wie kann ich das rüber, wenn ich fangen darf? Da kann ich nur dazu sagen, ich mach dich fertig. Ich mach dich banal, Moos. Hast du da sein? Gut, dass ich ja alle Fände immer besitzen bin, ne? Nein, ich war schon die Serena. Okay. Gut, dann brauch ich die nicht erkunden. Ich habe den Tier, ich tu mir okay. Oh. Keine Ahnung. ich bin nicht den mit dem wasser nackt die medusa schädchen Komm herr dich Danke das ist ja so musik so gut ich habe es nicht mehr auf jetzt habe ich es weg gewollt jetzt nicht mehr auf hä ich habe auch noch mal rausgeblühen aber ich bin Also angeben, wenn man schiebt, dann nicht, dann kommt man da auf dann. Ich verstehe, ob Bahnhof, aber das ist in Ordnung. Ich habe gerade gesehen, was ich machen muss. Ich bin der beste Tag, du spürst. Der sagt er, er ist gescheit, unfassbar. Der beste Tag als Spieler auf der Welt bin ich wirklich. Was kommt das? Ich bin der beste Tag. 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 Das ist mein Arme Kaffee-Dex, oder? Das ist so schön. Das ist so schön, das ist so schön.